Hallo und herzlich willkommen hier bei TipTapTube zu einem neuen Video. Hey Ash, sag mal hallo. Genau, wir machen heute was echt richtig krasses, beziehungsweise was richtig kleines. Es ist krass und klein. Es geht beides. Lasst uns auf jeden Fall bevor es los den Daumen nach oben da. Vergesst nicht kostenlos den Kanal auf jeden Fall zu abonnieren. Ich würde sagen, es geht los. Wir werden heute 24 Stunden nur xx essen. XS Minis. Ey, was machst du da nicht hier? Also Mini-Essen. Also wenn man darauf achtet, auf diese Mini-Sachen alle, ne, dann hat man echt viele. Ich würde sagen, werfen wir mal ganz kurz einen Blick auf die Sachen hier, die sind alle hier. Das sind aber noch nicht alles. Einiges noch im Kühlschrank. Man sieht auf jeden Fall, es ist echt richtig viel im Kühlschrank, es ist tatsächlich auch noch mehr. Ich würde sagen, verteilt über den Tag, werdet ihr auf jeden Fall alles einmal sehen, was es denn so in XS gibt. Ich bin gespannt, was es alles geben wird. Lasst ein Like da, ich würde sagen, let's go mit dem Frühstück. Ey, es ist angenehm frisch hier, mach wieder auf das Ding. Also ich finde, heute ist es richtig heiß draußen. Wir werden erstmal frühstücken. Guten Appetit, Ash. Hast du schon Hunger überhaupt? Mal hören, ob wir mal satt werden davon. Ich meine, es ist halt so klein. Aber ich würde sagen, let's go. Alles klar, was sind das alles? Eine Riesen-Auswahl. Nächster Bewerbensatz, Mittagessen, Medizin, Frühstück. Warum liegen hier Donuts? Aber ich würde sagen... Du hast es schon mal gesehen. Was ist das? Das ist ein Ticket. Geil! Alter, wie viele sind das denn bitte? Ich bin total überrascht, dass es sowas gibt. Voll cool, ne? Die werden dann alle weggehauen. Loll. Loll. Gönn dir. Oh mein Gott. Wie geil sind die denn? Siehst du, oder? Alter, dann nehme ich erst mal direkt eine. Sieben Zentimeter. Nex? Nex? Ja? Oh, oh. Erstmal ein Tick-Tack. Geiles Frühstück. Das ist doch cool, oder? Das ist mega nass, man. Zum Frühstück würde ich sagen, gönnen wir uns erstmal eine Cola. Eine kleine Cola. Aber auf jeden Fall eine Cola. Cola ist echt wichtig. Ich meine, das ist echt geil. Wie viele Milliliter? Loll. Zum Frühstück gibt es ein paar Brezeln. Gönnen wir uns. Nutella. Oh, das hört sich gut an. Oder? Wenn du sagst Nutella, dann nehmen wir Nutella natürlich. Ja, aber noch was anderes, ja. Jetzt suchen wir alles raus und gleich sehen wir uns beim Essen. Jetzt wird erstmal alle aufgelegt. Die Mini-Brezel und Mini-Laugenbrötchen. Und wie läuft das? Das ist echt süß. Schau dir das an. Die sind ja richtig flitzig. Ich meine, normal werden die halt irgendwie doppelt so lange oder so. Schlörp, 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 schlörp. Und alle. Ja, das waren jetzt irgendwie so ein, zwei Schlücke. Das war ja ein Witz. Und schon eine zweite. Irgendwie sprudelt das mit der Mutz auf. Guck mal. Ist das wirklich Mini? Oh, was ist das denn? Schmeckt nach Mini. Mal gucken, ob die jetzt hier Mini sind. Weil ihr kennt ja die Pick-Ups. Und? 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 Oh, wie süß. Oh, yeah. Oh doch, die sind klein. Wollt ihr mal aufpacken? Kann man was gucken? Ich meine, dafür, dass ihr das irgendwie alles so aufteilen wollt. Für Frühstück, Mittag und Abendbrot. Ja, das ist auch Frühstück. Machen wir uns hier irgendwie an die ganzen Süßigkeiten ran. Oh, guck mal wie süß. Ein Pick-Up. Ja. Ist ja ein bisschen weg ist das Ding. Und ist die Cola wieder leer? Ja. Also dann haben wir hier noch Kanut. Guck mal. Ja, ist leer jetzt, ne? Ja. Und Nummer zwei. Oh. Oh. Pssst. Auch leer. Nummer drei. Ach, gleich noch mehr hier hingestellt. Oh, ja. Wenn es aus der Wanne geht, kommen wir damit gar nicht aus. Schlürf, schürf, schürf. Ich glaube, es gibt erst mal Essen. Und wir haben mittlerweile sechs Dosen leer. Das ist nicht wahr. Aber die hast du alle leer gemacht, ne? Hast du eine? Eine halbe. Eine halbe? Scheiße, man hat nicht viel geguckt davon. Du wirst heute nicht schlafen können. Guck mal. Im Ernstchen. Auf jeden Fall gibt es Dosen leer. Nein, nein, nein. Drei, zwei, drei, zwei, eins und los. Das reicht jetzt. Das reicht jetzt. Nein, nein, nein. Es zählt jetzt. Nein, nein, nein. Einer stand noch. Nein. Das war ein Strike. Das war ein Strike. Das war auf jeden Fall ein Strike. Ey. Einer strike. ệt.. CONTENT J het a good age. Einer strike. Strucke lasst- Hol mal die Dosen da und aus. Nee. Falsch. Nö. Bssch. G liberty, on cyber violence. Leute. Hatte irgendwas vergessen, ne? Und was wichtig ist und ich denk immer, irgendwas fehlt da. Guck mal was wir haben. Mini Tomaten. Oh, nervt nicht! Nervt nicht! Mini-Bananen! Dann gibt es Mini-Paprika, Mini-Gurken und Mini-Frikadellen! Könnt ihr auch hier was in der Banane zu essen? Geiler Scheiße! Muss los! Essen ist fertig! Ich würde sagen, oh Gott, ist das heiß! Oh mein Gott, Ash! So, schnapp mal! Ja, pass auf mit deinem Zahn! Ja! Ja! Und probiert mal bitte gleich mal auch hier diese kleine Mini-Paprika und auch das Ma-Ali-Paprika Na ihr beiden? Ich hoffe, dass es keine ist. Eigentlich ist schon da Mini-Paprika. Lecker! Drei, zwei, eins! Lecker! Was ist denn los? Ey, das ist ja ein Witz, wie kleine Dinger, wie soll man die auch machen? Die sehen irgendwie anders aus. Das sieht irgendwie eklig aus. Ich muss gleich mal lesen. Wie schmecken die denn, Ash? Ich denke nochmal. Schmecken die richtig nach Bananen? Aber es wäre cool, wenn du es vorher lesen könntest, glaube ich. Darf man Kochbananen essen? Ja, dann weiterhin guten Appetit und dann sehen wir uns, würde ich mal sagen, beim Mittagessen. Zeit für uns hinfliegen! Nein, Mittagessen natürlich! Bam 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 Oh ist das warm hier heute! Also, es geht auf jeden Fall Mittagessen. Ihr seht selber, heute auch ein Mini, mit dem absoluten Mini-Ketchup. Ich würde sagen, den dürfen die erst mal die essen, ich weiß auch nicht was man muss hingegeben hat aber ich krieg so den zucker schock glaube ich es gibt mittagessen wir werden in sektur in sektur und zweiter für sich heute hier ist auch für dich was und da das so kleines können wir mal gucken wer meist davon reinkriegt und ich meine es echt winzig dinge so viel los 4 5 3 4 4 9 Das ist nicht euer Ernst, das ist nicht euer Ernst, ne? Was macht ihr damit? Bessen! Bessen! Wer am meisten in den Mund steckt? See, und du? Vielleicht bekommt doch solche Dinge. Prost, ne? Ich hab noch mal Nachtisch zu euch mitgebracht. Guck mal, hab ich ganz vergessen, fast. Ich den das Ding. Es gibt hier Paula einen ganzen Mini. Guck mal. Das ist so wenig, da kannst du einfach eine ganze Palette essen von. Da hast du vom Einfluss auf nicht das ganze Ding essen. So, guten Appetit, ne? Du hast das Holz abgebassen. Ist das Holz da drin? Wo ist der Stiel? Ich glaub, die sind nur so klein, ne? Also, ihr habt schon mal nichts abgefasst. Hey, sind sie wieder aufgewirkt? Passt noch eins? Ich glaub, die sind ganz noch eins versuchen. Hier sind nur noch ein paar, guck mal. Und mit dabei haben wir es auch schon abends, also... Merch nicht. Telefon, check. Auf jeden Fall haben wir es jetzt hier gerade. Äh, ja gut, ähm, ja. 209. Wie sieht's eigentlich mit Schule aus? Ich muss morgen noch in die Schule. Morgen früh aufstehen. Oh, nee. Warte, warum bin ich dann noch? Warte, ich wollte eigentlich noch Video bearbeiten. Oh, scheiße. Äh, ja gut. Ich hab morgen das zweite. Das ist ganz cool. Aber... Jetzt gibt's natürlich Abendbrot in XXS, beziehungsweise Mini. So, ja, guck mal. Das ganze Tablett ist schön voll mit Essen. Hau rein, Digga. Guck mal, wir haben hier zum Beispiel diese Leibniz-Kekse in Mini. Bam! Ich würd sagen, jetzt gibt's erstmal ein paar Pringles. Hä? So mini sind die gar nicht. Profikameramann, Kappa. So, was machst du dir essen? Auch Pringles, gönn dir, Digga. Oh mein Gott, gönn dir. Ich seh hier gerade auch so eine Mini. Alter, das hab ich noch nie gesehen. Warte, Mini sind... Also, die sind ja... Äh, was? Krank. Die sticken übels. Gib mir einen her. Ey, aber einen hergeben. Puh, warum machst du die Scheiße raus? Gib mir einen her. Ey, komm schon, gib mir einen. It was at this moment he knew. He fucked up. Hier hast du gleich noch mehr. Ey, ich muss sie doch... Hier hast du noch mehr, hier. Guter Appotiv, würd ich sagen, ne? Also... Hier hast du deine Würstchen. Oh mein, Digga. Darauf gehen wir uns erst mal Mini-Mais-Kölbchen. Ich weiß nicht, hab ich früher echt richtig hart gefeiert. Ich weiß ja, ob ihr die auch kennt. Schreib's in die Kommentare rein. Oh, alles in mein Zimmer. Aber ich muss sagen, die sind echt... Wie ich mich gedisst fühlen. Hammerlecker. Und... Das sieht doch noch mehr aus, Alter. Das ist doch zum Ausrasten. Wie geht das auch? Geil. 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 Tic-tacs. 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 Ey, es ist okay. Tic-tacs. Tic-tacs. Digga, was ist falsch bei dir? Was ist los? Das war voll das Mikrofon. Hier, steck dir auf zurück. Leute, das wird hart riskant, glaube ich. Ah ja. Ah ja. Ah! 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 Oh Mann! Ah! 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 Komm raus! Komm! Fuck! Mach ich hör doch auf! Also während er schätzt sich gerade noch ein bisschen am auf-filmen ist, haben wir jetzt noch hier so theoretisch ein paar Mini-Muffins. Mach Gott! Die Augen zu und Mund auf! Ne, ne, ne. So läuft das ja nicht. Okay, ich mach Augen zu und Mund auf. Ah! 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 Wie viel sind das denn? Viel Spaß! Wie viel war das? Und was war das? Tic-tacs. Geil. Boah, ihr wollt keine Zähneputzen mehr, weil mein Mund eh nach Minden schmeckt. Das war natürlich ein Spaß. Nein! Das ist auch, das ist auch ein Spaß von dir. Das meinst du natürlich nicht erst. Pau! 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 Pau!